Es wird ja abgefahren. Jetzt kommt ein Vordergrund und schaut uns in die Kamera. Ah, hier, hier. Nach vorne, Wasser fallen. Hier, Wasser fallen unter Wasser. Ah, ok. Jetzt wird es ja aber langsam blüste. Hier, Wasser fallen. Ah, das kann man ja noch. Immer tief runter. Oha. Das hat man da freigelegt. Ein Schloss. Mit dem noch nach Atlantis. Dariel ist doch unsere Tochter. Oh, ein zu fein ist Haus. Ein frierender Alter, man am Feuer. Ein erlöschenes Feuer. Und wo sind wir jetzt gelandet? Ach, wir sind aus der Wasserhöhle wieder rausgekommen und sind jetzt wieder an Land. Ah, ja. Okay. Ah, ja. Müsste das funktionieren? Ja. 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 So funktioniert es. Und gleich sind wir oben. Ja. 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 Das ist ein kleines Domusikon. Wir müssen wahrscheinlich hier rum vermute ich mal Oh, ein Zaun Steht der Zaun nur zum Weg oder? Tja Es scheint uns zum Weg zu stehen Ok, viel höher komme ich hier nicht Schritt zurück Vielleicht können wir irgendwie hinter den Zaun gelangen Das sieht aber eher nicht so gut aus Tja Ich müsste das doch funktionieren Ja Maximale Höhe Was anderes kann ich hier auch nicht ziehen Aha, ok Da gehts weiter Wir warten wieder auf den Zug Wir warten wieder auf den Zug Ein Anhalter Ist einer der Anhalter mitnimmt Wir sind hier der Anhalter Wir sind hier der Anhalter Und kaum der Anhalter Wir sind hier der Anhalter Nur weiter auf unser Anhalter Ah, jetzt müssen wir hier wieder bauen Los fahren Ich mag schon Achso, dann müssen wir hinten tippen Ich glaube das Ich sage das Ich habe das Es geht Also Ich werde das Das ist muster Da gehts hoch. Nein, 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 nein. Erstmal auf die Brücke, auf die Brücke, auf die Brücke. Für mir ist es auch so. Halt, stopp. Okay, das soll es wohl nicht sein. Hier wohl weiter. So. Halt. Dürfen wir jetzt? Sehr schön. Wo gehts jetzt? Tja. Das soll ich doch von Anfang an probieren. Das ist da runter und dann hier wird die Brücke. So. 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 Der Pfalzerbrücke noch mal. Mein Gott. Ah, jetzt muss es höher sein. Okay, weiter rollen. Jetzt kommt der Wandel. Die Reise auf den Truck geht noch ein Weilchen. Der Pfalzerbrücke noch eine Ahnung. Das ist eine Ahnung. Die Wandel haben wir ja noch. Oh nein, ein Eimer Farbe. Trigger gefallen. Der alte Mann beim Hausmalern. Da haben wir ihn am Anfang gesehen. Na dann danke fürs mitnehmen. Gut, falls noch. Hier hinauf. Oh ha. Und dass man nicht das Ziel unserer Reise ist. Da sieht noch ein Station aus. Wir setzen uns erstmal auf die Bankbank. Wir betreten das Haus. Und da liegt die hier. Die kleiner und kleiner. Anführungszeichen. Die Tochter lieber zurückgelassen haben. Und dann dumm für dich. Sie sieht uns. Was? Nein. Wir haben sie getötet. Sie auch bei Blumenverachtung. Nein. Was? Jetzt kriegen wir den Brief endlich mal zu lesen. Ach das ist ihre Tochter. Die Tochter von unserer Tochter. Also unsere Enkeln. Was ist die Kirche. Weiley haandinavisch. Auch schnell. Wir sehen uns. Ah, und wir sind mit der Enkelin auf große Schifffahrt. Ah, sehr schön. A Game by Brooklyn Rules. Ah, ok. Game Direction, Design, Felix Mohan. Und da haben wir doch jetzt gut, ja, haut hin. Gute zwei Stunden haben was gespielt. Das wird die Credits. Und da schreibt man die zwei Stunden noch. Ja, ein kürzeres Abenteuer, aber auf Wunder hübsch. Kürzer, aber nicht unbedingt schlechter. Das ist, ja. Ein kleines Abenteuer in vier Parts. Oh, was ist das? Was ist das? Ein kleines Baby auf der... Großenkelin oder Großenkelin. Fantastisch. Old Man's Journey. Ein fantastisches Game, wie ich finde. So mal eben für einen Stream mal zum Spielen, für drei, vier Parts. Man kann es auch fast als Stream auf sich nur hochladen, ich brauche Zeit einfach, ich brauche halt einfach, wir wollten einfach ein kleines Überbrückungs-Let's Play haben, das ist ja falsch, mit vier Parts ist das fast noch, ist das fast noch ein letztes Test. Testen da mal die besonderen Dankeschöns, Special Tanks, Tanks, nicht Tanks, nicht die Spezialpanzer, Defund, und Vienna Business Agency, Serviceopfer, Offert by the city of Vienna, dedicated to our families, so gehört es bei diesem Spiel, unsere Familien. Thank you for the support and inspiration and love, we would not be here without you. Die Familie Die Familie Die Ante Zeigefinger Jut, na dann, haben wir das Spiel durchgespielt, danke fürs Zuschauen. Ja Ciao auf Youtube, habt ihr noch einen tollen Tag, habt eine toll Zeit. Wir sehen uns dann, wenn das auf Youtube seht, morgen am 4. Mai zu Lego Star Wars, die Skywalker haben wir auch gesagt, live, live auf Twitch hatten wir es schon, das ist direkt auf Youtube, im Stream auf Zeichnungen, war schon eigentlich auch noch live auf Twitch. Jut, schaut auf Twitch vorbei, lasst euch nach oben da auf Youtube, lasst ein Abo da, Blog aktivieren, Kommentare schreiben, und habt ihr noch einen tollen Tag, haut rein rein. Bis dann und ciao. Ciao.